Einen schönen guten Tag und willkommen zurück zu Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes Back. So, dann würde ich da weitermachen, wo ich letztes Mal aufgehört habe mit den 19. Level Ruination. Dann würde ich sagen, Attacke. So, mal schauen. Ah, okay. Heiß, heiß, heiß. Und dahinter verbirgt sich direkt eine Nitro-Kiste. Kiste, wie süß. Ah, fängt schon gut an. Ja, die Polygonabfrag, die finde ich... Ja, die finde ich jetzt so... Es sieht hübsch aus, aber teilsweise ist das echt so, wo ich mir denke, yo. Muss das erst mal so genau sein? Okay, den lasse ich so davonlaufen. Ah, heiß. Echt? Du bist... Ah, wieso bist du nicht gesprungen? Ach, der Affe. Okay, nochmal das Ganze. Ah, jetzt bin ich... Äh... Es wird nicht besser, habe ich das Gefühl. Oh, ne Maske. Ah, schnell runter. Ah, ja. Okay, der Affe ist weg. So. Einmal auf dem grünen Edelstein. Dover Gorilla. Oh, heiß. Ah, verdammt. So. Ich hätte, ich kenne die Maske gehabt. Okay, 84 Kisten. Ach, nein. Wieso bist du nicht gesprungen? Ah, Abschluss. Ach, sie hat früh gesprungen. Ah, okay. Echt jetzt? Es wird nicht besser. Okay. Ob es jetzt besser wird mit Maske, weiß ich selber nicht. Okay, zumindest bis dahin. Wow. Ach, nee. Jetzt wird es noch immer besser. Okay. 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 Okay, das ist eine kostenlose Maske. Ah, okay. Ich verstehe wofür. Okay. Frage. Wie viel davon habe ich jetzt verpasst? Ich habe jede Menge Kisten verpasst. Okay. 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 Ah, heiß, 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 heiß. Sogar selbst die Bonusrunde habe ich verpasst. Okay. 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 Okay, einmal hier, einmal da. Aber man merkt, die Levels werden auch immer anspruchsvoller. Ja? 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 So. Nein, abgestürzt. Und ich hätte es fast geschafft. Na gut, nochmal das Ganze. Es sind 49 Kisten. Unfassbar. So ungefähr hier von den Kisten her schon ein bisschen mehr als die halbe Anzahl, die es regulär gibt im Level. So. Oh. Nein. Oh, abgerutscht. Unfassbar. Nochmal. Nochmal. Zwei Kisten. Ja, 49 plus 12, das sind dann 61. Na. Aber das Schöne bei den ganzen Bonusabschnitten ist halt, ey, selbst wenn man runterfällt, halt die Leben werden nicht abgezogen. Ach komm, echt jetzt? Und gleich kommt dann noch der Affe noch. Und die ganzen Feuerfallen. So. Okay. 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 Nee, jeder Apfel zählt tief. Okay, schlitt ja. Zack. Perfekt. 126 Äpfel. So, zumindest ist es den kleinen Checkpoint. Ach komm, echt jetzt? Bin ich echt abgerutscht? Okay. Ach komm, echt? Meine Güte. Ich hab echt'n Pech. So, die Ex ist weg. Okay, zumindest ist es noch ein extra Leben. Boah. Nein, abgerutscht. Ach. Es wird nicht besser. Ich muss die Kiste anfangen, hochzuspringen. So. Oh. Ah. Weg mit dir. Oh. Ich hab mich aufs. Oh. Ich hab mich auf. Ah. Viermal Ratten. Okay, die Nitro-Kästen sind weg. Checkpoint, alle Kisten. Ach. Verdammter Gorilla. Weg mit dir. Ah, okay. Was für eine Arbeit. So, Kristall da. Edelstein 1. Edelstein Nummer 2. So, dann würde ich mal sagen, geht's dann nächstes Mal weiter mit dem 20. Level. Be Having. Ansonsten wie Gab, war's das auch wieder fürs Erste. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Ganze. Und ich wünsche euch noch ein... Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.